Alle suchen den Schulden bei jemand anderem. Der Handel sagte mir oft, Konsumenten kaufen sie nicht. Die Landwirte oder Landwirtinnen sagten mir, der Handel ist schuld. Sie sollten das lockern und sie uns abkaufen. Darum ist es eine sehr schwierige Thematik. Das wollte ich mit der Arbeit aufzeigen. Willkommen zum HWZ-Podcast «In a nutshell», wo wir euch spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus den HWZ-Studiengängen näher bringen und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Die Schweiz nimmt gemäss dem Food Waste Index Report 2024 bei der Lebensmittelverschwendung ins Spitzenplatz ein. Rund 119 kg Lebensmittelabfall pro Person pro Jahr landen in den Privathaushalt, was deutlich über den europäischen Durchschnitt liegt. Wenn man auch den Detailhandel und die Gastronomie berücksichtigt, steigt die Zahl sogar auf 170 kg pro Person pro Jahr. Das ist europaweit ein höchstwert. Doch warum landen all diese Lebensmittel in diesem Müll? Vielleicht liegt es daran, dass Supermärkte wie Migros und Coop, Sparaldi usw. Lebensmittel, die nicht ganz so gut aussehen, gar nicht erst in die Regale stellen, aus Angst, dass sie Kundinnen und Kunden aufgrund von ihrem Aussehen nicht mehr kaufen. Denken wir z.B. schon nur an Gurken, die nicht ganz gleichmässig sind oder krumm sind und darum weniger aus den Regalen ausgelesen werden, obwohl sie eigentlich genauso fein wären. Das Ziel soll doch also sein, dass Produkte, die nicht perfekt aussehen, die krumm sind und zu kurz usw. trotzdem gekauft werden. Und genau zu diesem Thema hat Sarah Hanschin ihre Bachelorarbeit an der HWZ geschrieben. Und zum Glück sitzt sie jetzt zusammen mit mir im Podcaststudio. Herzlich willkommen Sarah. Danke. Schön bist du da. Du hast dich in deiner Bachelorarbeit ja mit dem Thema Nudging und der Lebensmittelverschwendung beschäftigt und wie man eigentlich Menschen dazu bringen kann, dass auch optisch mangelhaft aussehende Lebensmittel gekauft werden. Könntest du uns einen Einblick geben in deine Arbeit? Was war genau dein Fokus bei deiner Bachelorarbeit? Ja, also der Fokus meiner Arbeit war eigentlich, um herauszufinden, ob Leute wirklich Gemüse und Früchte nicht kaufen, die nicht perfekt aussehen. Und jetzt meine ich nicht so die röteste Tomaten oder der schönste Kopfsalat, sondern wirklich so banale Sachen, wie du schon gesagt hast, mit den Gurken, die irgendwie ein wenig rum ist oder das Reibchen, das zu wenig lang ist. Und in meiner Arbeit habe ich das eigentlich mit den Herdöpfeln probiert und eigentlich wie will er wissen, dass die Leute auch Herdöpfel, die nicht umförmig sind oder zu klein sind oder zu gross sind, checken das die Leute überhaupt. Wie bist du auf das Thema gekommen oder wieso hast du dich schon immer für das interessiert? Ich habe mir eigentlich die vier Jahre im Studium immer so eine Liste in meiner Notizen mit Themen, die mich irgendwie interessieren oder die ich spannend finde. Und irgendwie habe ich mal einen Artikel gelesen, dass es eben so Normen gibt, wie die Früchte und Gemüse genau aussehen dürfen, also eben welche Farbe, welche Form. Und ich hatte das irgendwie in meiner Liste und ich habe dann aber immer gedacht, was dann darum ging es um das Thema herauszufinden. Und ich habe immer gedacht, okay, ich kann das irgendwie schlecht kombinieren mit Kommunikation oder irgendetwas, was zum Studiengang halt passt. Ich hatte eigentlich alles Themen, die nicht wirklich zum Studiengang gepasst haben. Und dann bin ich in die Datenbank gegangen, wo es ja gibt, wo Dozenten und Dozentinnen wie Themen aufschreiben, was man machen könnte. Und dann habe ich Stefan Feige seine Themen gesehen und er hatte dort Nudging gegen Food Waste gehabt. Und dann musste ich zuerst einmal googeln, was Nudging überhaupt ist. Und dann habe ich eigentlich gedacht, okay, so könnte ich es eigentlich mega gut testen, ob die Leute eigentlich die Früchte kaufen, obwohl sie nicht perfekt aussehen. Genau, und dann habe ich Stefan Feige geschrieben gehabt und ihm erklärt, was ich machen würde. Und er hat dann eigentlich gerade geschrieben, dass er es mega spannend findet. Und eigentlich wollte ich eine Umfrage machen, weil ich so dachte, okay, das ist ein bisschen einfacher. Ich wollte einfach machen und dann hat er so gesagt, ja, es wäre eigentlich mega spannendes Experiment machen, weil nur so, wenn die Leute nicht checken, dass sie an einer Umfrage teilnehmen oder gerade getestet werden, behalten sie sich natürlich und machen nicht oder einfach das an, was sie denken, ist richtig. Und ja, so bin ich dann eigentlich darauf gekommen, um wie ein Experiment zu machen. Du hast jetzt vorher gesagt, eben, Nudging hast du zuerst googeln. Jetzt könnte mir vorstellen, dass vielen, die jetzt den Podcast hören, auch so geht. Könntest du beschreiben, was Nudging ist? Oder irgendwie so, wie würdest du das beschreiben, irgendwie in ein, zwei Sätze? Oder gerade jetzt im Kontext von Food Waste, den du in der Bachelorarbeit thematisiert hast? Genau, so Nudge heisst eigentlich auf Englisch Stubsen. Und Nudge sind eigentlich wie in der Verhaltensökonomie kleine Stubser, um die Menschheit eigentlich in die gewünschte Richtung zu stubsen. Zum Beispiel, und das Ganze will man ohne wirtschaftliche Anreize erreichen, also nicht irgendwie, weil der Preis gesenkt ist oder so. Ein Beispiel für das ist zum Beispiel, dass in den Läden Migrobudget immer, oder die günstigen Produkte immer zuunterst unten sind. Und so ein bisschen die teurer auf Augenhöhe oder sogar höher. Oder auch, dass immer Süssigkeiten an der Kasse sind, ist eigentlich auch wie Nudge, weil man dann denkt, okay, die Leute warten, mit Familie, mit Kindern, und die drängen dann natürlich zu einer Süssigkeit gekauft. Genau, ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, dass man die Verfügbarkeit, wie so das Gefühl gibt, dass es wenig Verfügbarkeit gibt. Zum Beispiel, wenn man auf Booking ist oder so, steht ja mega oft nur noch ein, ein Zimmer verfügbar oder so, obwohl eigentlich noch viel mehr da sind. Und es gibt Menschen wirklich den Druck, um dann eben zu buchen oder so. Und im Food-Bereich habe ich mir dann so überlegt, mit welcher Technik ich das am besten testen würde. Und ich habe mich dann für Framing entschieden. Bei Framing kommt es eigentlich darauf an, wie man etwas darstellt. Und ich wollte dann auf verschiedene Arten schauen. Zuerst einmal kaufen die Leute überhaupt, die jetzt zu klein, zu gross oder umförmig sind. Und mit welcher Methodik kaufen sie es am meisten? Ich habe drei Plakate ausgearbeitet und habe diese verschiedene gestaltet. Ein Approach war, ein Plakat zu gestalten, das etwas emotional rüberkommt. Ich habe dann meinen Kollegen gefragt, ob er mir zwei Headäpfel zeichnen kann, die so die Hände halten und einer sieht etwas deformiert aus und der andere perfekt. Und dann habe ich die Headline von Natur geformt, um das Emotionale zu wecken. Der andere Approach war, Food Waste ins Zentrum zu stellen. Also Food Waste gross geschrieben und jetzt gegen Food Waste. Und das dritte Plakat war eine Handlungsaufforderung, was auch ein Nutsch ist, dass man Leute, wie gesagt, schon sagt, was sie machen sollen. Und dort stand es darauf, zugreifen und gegen Food Waste zu kämpfen. Ich stelle mir das mega schwierig vor, mir zu entscheiden, was die Leute an spricht, was für Texte und Bilder braucht es. Gibt es denn irgendwelche Sachen, wo man sich weiter halten kann oder darauf achten muss? Ja, es gibt eigentlich tausend verschiedene Nutsches. Darum ist es schwierig zu sagen, was genau funktioniert. Aber was ich in der Theorie gelesen habe, ist, dass ein Nutsch schnell verständlich sein sollte. Also man sollte ihn einfach umsetzen können. Und es sollte eigentlich eher eine Entscheidungshilfe sein. Vor allem beim Einkaufen ist man mega oft im Stress. Und da sollte man es im Unterbewusstsein auch checken, ohne dass man es jetzt anhalten muss, lesen und begreifen, was man machen muss. Zudem ist auch mega wichtig, Nutsch funktioniert nicht bei jedem Menschen oder bei jeder Menschengruppe gleich. Darum ist es mega wichtig, dass man so Stichproben macht. Oder jetzt eben bei mir im Experiment mit diesen drei verschiedenen Plakaten, habe ich probiert zu testen, wie es am besten funktioniert, dass die Kernbotschaft im Fokus ist. Also jetzt eben bei Food Waste, dass Food Waste Grossteht steht oder von Natur geformt, dass das so ein bisschen im Hauptfokus ist. Hast du die Leute auch beobachtet, wie sie darauf reagieren? Oder wie haben jetzt zum Beispiel Leute, die eben in Spar gekommen sind, darauf reagiert, dass sie gemerkt, dass sie beeinflusst werden auf eine Art? Oder haben sie das gar nicht checkt und haben quasi das Plakat noch kurz angeschaut und dann den anderen gekauft? Oder war das eine bewusste Handlung? Was hast du das Gefühl gehabt? Also die Regel beim Feldexperiment ist eigentlich, dass die Leute nicht wissen, dass sie in einem Experiment sind. Dementsprechend habe ich kein Signal gegeben, dass sie gerade in einem Experiment sind. Und die Mitarbeiter haben nichts sagen dürfen. Ich habe aber viele, also ich habe nachher die Filialleiter und Filialleiterinnen gefragt, wie die Resonanz war. Und sie haben gesagt, mega viele Leute haben sich schon gefragt, was das speziell ist, vor allem mit den Plakaten. Und mega viele haben sich auch gefreut. Und wie auch einer hat gesagt, ja, eigentlich verstehe ich das gar nicht, dass der Hedepel sonst nicht ins Regal gekommen wäre, weil er bräuchte eigentlich genau einen grösseren, weil er macht irgendwie Back-Potatos oder so. Ja, und es ist eigentlich mega, es hat mega gutes Feedback bekommen. Und ja. Wieso können wir denn so Lebensmittel, die vielleicht jetzt nicht perfekt aussehen, nicht in Spar, nicht in Goob, nicht in Migros, mit was hat das zu tun? An was sind Sie da gebunden? Im Lebensmittelrecht der Schweiz gibt es eigentlich nicht so viel genaue Regeln. Es muss eine gewisse Haltbarkeit haben, es darf einfach nicht gesundheitsbedenklich sein. Und darum haben sich eigentlich die Branchen zusammengesetzt und gesagt, okay, wir machen jetzt privatrechtliche Normen. Es ist eigentlich wie ein Abkommen, wo sich Handel und Produzenten, wie gesagt, das machen wir so. Es dürfte aber jetzt jeder selber entscheiden, über das Verkauf. Und darum konnte ich das auch mit dem Spar machen. Viele machen es aber nicht, weil sie Angst haben, dass sie sich eben nicht verkaufen. Und sie haben ja dann auch den Einkaufspreis und haben dann wie, der Foodways ist dann wie bei ihnen. Also mega oft sagen sie halt so, okay, wenn wir sie nicht zu uns nehmen, dann haben wir den Foodways nicht. Dafür haben sie dann halt wie Produzenten und Produzentinnen. Nochmals das Problem ist halt, die Prozesse sind mega stark automatisiert. Also die grossen Verteilungen und Produktionen haben eigentlich wie Maschinen, die mit Kameras jeder Hedepfel anschaut und automatisch aussortiert. Also die Kamera kennt wie, wenn es zu gross ist, wenn es zu klein ist, wenn es fleck hat, irgendetwas. Und es ist dann mega schwierig, weil die halt automatisch wie abgezockt werden, die wieder in den Prozess bringen. Für mich jetzt als Zuhörer quasi von dir denke ich mir so, es gibt gar keinen Vorteil. Oder wieso macht man denn so Vorgaben? Die Vorteile kommen halt vor allem von den Händlern. Und ein Vorteil ist, dass man halt wie eine Verhandlungsbasis hat. Jeder weiss, was bekommt er, also welche Qualität bekommt er zu dem Preis, weil man halt alles deklariert hat. Sie begründet halt die Normen mit dem, dass sie halt wirklich sagen, die Kundschaft kauft das sonst nicht. Und es ist wie gescheiter, wenn wir sie eben vorher wegnehmen, bevor es dann im Regal liegen bleibt. Ähm, die Nachteile, ja, kann sich wahrscheinlich jeder auch ein bisschen denken. Aber sie kommen auch vor allem von den Produzenten und Produzentinnen. Viele Landwirte sagen halt wie, es ist ein Naturprodukt, welches man schlecht beeinflussen kann. Oder sie wissen wie, sie können es vielleicht früher schneiden oder so, aber sie können das nicht mega beeinflussen, wie das jetzt wächst. Und der grösste Nachteil für sie ist halt, dass sie wie kein Geld oder fast kein Geld für diese Produkte bekommen. Es gibt eine mega spannende SRF-Doku, wo es eigentlich die Leute begleitet, die das testen. Und man sieht eigentlich wirklich, dass die Händlöpfel durch so eine Maschine gehen. Und die Maschine zählt dann, wie viel Prozent von dem 1-Kilo-Sack eigentlich nicht der Norm entspricht. Und für diesen Teil bekommen sie dann einfach kein Geld. Und die, die nicht der Norm entspricht, die kommen dann halt in Biogasanlagen oder als Tierfutter. Genau, und für das bekommen sie eigentlich fast kein Geld mehr über. Das heisst, sie haben eigentlich wie für die Produktion kostet sie aber wie gleich viel. Das ist eigentlich für sie der grösste Nachteil. Plus ist halt die Normen sind mega durch optische, äusserliche Sachen bestimmt. Also eben Farb, Form oder Grösse. Aber sie sagen wie nichts über die inneren Werte aus und eigentlich schmeckt es wie noch gleich gut. Wo hast du denn das Gefühl, dass man am meisten ansetzen müsste? Was liegt das Hauptproblem bei den Leuten, die es kaufen? Dass sie auch Lebensmittel kaufen, die nicht perfekt aussehen? Oder liegt es daran, dass man die Vorgaben abschaffen müsste? Wo könnte man, oder in deiner Meinung nach, am meisten Profit rausziehen? Also ich habe gemerkt, während der Arbeit sind alle irgendwie den Anteil an Problemen. Also ich meine, es kommt ja gar nicht in die Läden. Das heisst, die Kunden können gar nicht entscheiden, ob sie das irgendwie kaufen. Ich merke bei mir aber selber auch, dass ich ein wenig wählerisch bin. Und erst als ich mich jetzt mit dem beschäftigt habe, probiere ich nicht mehr darauf zu achten, wie es wirklich aussieht im Laden. Aber natürlich auch der Handel, der der Kundschaft nicht mehr die Chance gibt, es überhaupt zu kaufen, hat sicher auch ein bisschen einen Anteil an Problemen. Ich glaube, es ist wie so. Also ich habe gemerkt, ich habe mit mega vielen Leuten geredet. Und am Anfang habe ich so gedacht, mega einfaches Thema. Und schlussendlich wirst du in die ganze Lebensmittelbranche gezogen, wo es mega komplex ist. Und man muss mega daraus kommen. Und ja, ich habe dann gemerkt, alle suchen eigentlich eine schuldig wie bei jemand anderem. Also der Handel hat mir mega oft gesagt, ja, Konsumenten kaufen sie nicht. Und die Landwirte oder Landwirtinnen haben mir gesagt, ja, der Handel ist schuld, sie sollten das eigentlich lockern und die uns abkaufen. Und darum ist es eine mega schwierige Thematik. Und das wollte ich auch mit der Arbeit so etwas aufzeigen. Dass eben die Kundschaft nicht geschuld ist. Oder dass es vielleicht jetzt auch so etwas seit 2017, wo es die Normen gemacht haben, so etwas anders geworden ist. Ich glaube, die Leute schauen schon etwas mehr. Du hast jetzt vorher gesagt, man befasst sich erst mit dem, wenn man es vielleicht liest oder sieht in den Einkaufsläden. Warum brauchen denn die Einkaufsläden das vielleicht nicht mehr? Oder brauchen sie nicht so Plakate, zu sagen, hey, kauf auch die, die sind genauso fein? Könntest du dir vorstellen, ist es zu teuer? Ist es zu aufwendig? Finden sie es zu wenig relevant? Ich weiss nicht, hast du vielleicht irgendeine Antwort auf das so etwas? Wir sind jetzt momentan gerade, also kurz nach meiner Abgabe, ist der Herr Feig eigentlich auf mich zukommen und hat eigentlich gesagt, er würde das Projekt weitermachen, ob ich dabei wäre. Und wir sind jetzt eigentlich gerade dran mit den Grossverteiler, also Mikrokop und jetzt auch wieder mit dem Spar, wie das Projekt weitermachen, also das Experiment nochmal ausrollen und ja, das ist wichtig, wenn man auch ein bisschen Normen lockert. Und vor allem bei den Grossen ist es mega schwierig, weil sie mega oft sagen, ja, wenn sie die anderen nicht machen, dann machen wir es auch nicht. Und es muss ja wie bei jemandem halt anfangen. Eben der Aufwand ist wie gleich viel und es sollten wie auch ja, gleich viel Wert in den Lebensmitteln sein. Also wir können das halt in der Schweiz auch nur leisten, weil wir ja so viele Lebensmittel haben und alles. Ich glaube andere Länder, und das habe ich auch mitbekommen mit dem Spar, welcher ja die Holding eigentlich in Südafrika ist. Die haben ganz etwas anderes. Es sind viel weniger Food Waste dort, weil es halt ja viel mehr die Lebensmittel eigentlich wert haben. Und ich habe das Gefühl, bei uns ist das wie so. Ja, man kann es sich halt auswählen, weil es immer genug verfügbar hat. Ich denke, ich mache so einen kleinen, kleinen Teil von dem ganzen Problem und man ist dann mega schnell so, okay, es bringt gar nichts, wieso mache ich die Aufwand. Und ich glaube, viele Organisationen oder so NGOs denken sich das an, aber ja, es ist dann mega schön, dass man auch für sich oder so, dass man etwas lernt und vor allem, dass man merkt, okay, man kann trotzdem etwas verändern, auch wenn es in einem mega kleinen Punkt ist. Und eben das mit der Arbeit, das ist wie so, es ist für mich nur eine Bachelorarbeit gewesen. Aber schlussendlich wird das Projekt jetzt weitergegangen und wir haben schon mit den verschiedensten Leuten geredet und die sagen mir auch mega oft, dass sie es mega wertvoll finden und so. Und dann merkt man eigentlich, okay, auch wenn es nur eine Bachelorarbeit ist, wenn man ein cooles Thema hat, das einen auch interessiert, dann kann es auch mega cool rauskommen und auch irgendwie so etwas bewegen. Das klingt doch nach einem mega schönen Schlusswort. Danke vielmals, Sarah, für deine Zeit. Danke, dass du dich auch dem Thema angenommen hast. Danke vielmals für die Einladung. Sehr gerne. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns alle bewusst sind, dass wir das Problem nur zusammen lösen können und eben, dass es viele verschiedene Ansätze gibt und braucht, um die Lebensmittelverschwendung in den grossen Verteiler wie Migrogob aber auch in den kleineren Geschäften zu reduzieren. Wenn du dich weiterhin mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen möchtest und dich das Thema interessiert, dann haben wir an der HWZ ein breites Studieangebot. Du findest alle Infos auf www.fh-hwz.ca